Chris Bruey, 32, ist rasend vor Wut. Der Reality-TV-Star hat mit seiner Ex-Verlobten Evantia Benetatou, 30, einen gemeinsamen Sohn namens George Angelos. Während die Brünette ihren kleinen Sonnenschein mittlerweile aber im Netz zeigt, verzichtet der Bo gänzlich darauf, das Gesicht seines Sohnes zu zeigen. Nun wurde Baby George in Griechenland getauft. Die Feier wurde vor Ort von einem Kamerateam begleitet. Chris war damit aber nicht einverstanden, in seiner Instagram-Story verlie der Frauenschwarm seinem Ärgerausdruck. Die Taufe war wunderschön, aber warum zur Hölle kommt man auf die Idee, ein Kamerateam dorthin zu bestellen? Er habe erst einen Tag vorher davon erfahren, und sei gar nicht begeistert gewesen, vor allem, dass die Taufe in der Kirche begleitet wurde, mache ihn wütend. Ich bereue es so sehr, und ich bin so sauer auf mich selber, dass ich nicht noch in der Kirche die Kamera zerschlagen habe, ärgerte er sich, und schoss indirekt gegen seine Ex. Mein Sohn ist kein Vermarktungsmittel. Lasst meinen Sohn daraus, auch Claudia Obert, 60, die Taufpatin von George ist, bekam ordentlich ihr Fett weg. Hier ist jemand, der sich Taufpatin nennt. Aber Taufpatin sind doch auch eigentlich dafür da, um für das Wohl und den Schutz des Kindes zu sorgen. Und nicht, um Fotos zu posten, wo man sein komplettes Gesicht sieht, wetterte Chris. Untertitelung des ZDF für funk, 2017